Heute wird es spekulativ, sogar hoch spekulativ, denn es geht um Bewegungen der Aktien in den nächsten zwei Wochen, also in den ersten beiden Handelswochen des Jahres. Zwei Dinge möchte ich vorweg noch feststellen. Dieser Januar-Effekt, über den ich heute spreche, hat im letzten Jahr, wir halten gleich eine kurze Rückschau, ganz hervorragend funktioniert. Und zweitens, ich erfreue mich heute an eurer Mitarbeit. Wir können nämlich in dieser Community dazu beitragen, dass man aus diesem Januar-Effekt noch mehr rausholt. Legen wir los! Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und da heute für mich der 1. Januar ist, für euch der 3. Januar, da seht ihr das Video, möchte ich euch ein frohes, neues Jahr wünschen und ich wünsche euch die Kraft und den Optimismus, den es in diesen Tagen braucht. Wir schauen gleich direkt auf einige Aktien ganz konkret. Ich sage euch zum Beispiel auch, wo ich investiert bin. Aber es ist der Jahresauftakt und deswegen erlaubt mir einen kurzen Hinweis. Ich möchte hier in diesem Kanal auch weiterhin mich um die Geldanlage kümmern. Die Geldanlage grenzt manchmal auch an politische Themen. Und immer wenn es um politische Themen geht, dann wird mir immer es verkehrt. Ich freue mich über so viel Zuspruch und ich kann mich wahrlich nicht beschweren über meine Situation. Aber ich merke hin und wieder, dass ich einigen scheinbar nicht kritisch genug bin. Ihr könnt das im Übrigen auch sehr schön verfolgen anhand einiger weniger. Das muss man ja immer dazu sagen, aber dennoch höre ich mir auch diese Stimmen an. Kritiker, die unter beispielsweise dem letzten Video bzw. Podcast von By the Dip sich geäußert haben. Da habe ich, und das gebe ich zu, etwas zu emotional mich darüber aufgeregt, dass immer wieder, wenn es um Politik geht, dann Menschen androhen. Dann verlasse ich endlich dieses Land und dann gibt es ganz viel Applaus dafür. Ja, richtig so, bloß weg von hier, bloß raus aus Deutschland. Und dann habe ich genau über diese Menschen gesprochen und habe gesagt, ja, meine Güte, wenn es denn so unerträglich ist, ja, dann geh doch. Und ich füge hinzu, das Wort, was ich dort gewählt habe, also ihr könnt euch die Folge gerne nochmal auf YouTube anschauen. Das war auch am Ende des Tages unpassend. Wenn mal ein Norddeutscher emotional wird, dann hat er das meist auch nicht mehr unter Kontrolle. So schlimm fand ich es nicht, aber schaut euch es an. Ein paar Kommentare haben dann gesagt, du verstehst einfach nicht in deinem Elfenbeinturm, wie es den Menschen geht und schau doch mal auf die Straße. Und genau das ist ganz wichtig. Wir müssen uns gegenseitig auch kritisch gegenübertreten dürfen. Und ich verharmlose hier gar nichts. Und insbesondere, das soll hier keine Rolle spielen, weil es am Ende des Tages ja keine Therapiestunde ist, die ich mit euch hier abhalte. Aber ich weiß sehr genau, wie es dazu geht. Ich bin in einem Haushalt groß geworden. Meine Eltern waren beide Psychologen beziehungsweise Sozialpädagogen. Und sie hatten ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche aus Berlin. Aller Couleur und aller Kulturen. Und ich habe mit in diesem Haus gewohnt. Kleine Anekdote. Man hat mich mit sechs Jahren mit zum Autoklauen genommen. Man hat allerdings vergessen, mir zu sagen, dass ich das anschließend niemandem erzählen darf. Ich hoffe, es ist verjährt. Ich war auch nur Zuschauer und ich habe, wie gesagt, gepetzt. Man muss dann schon sagen, Achtung, Schmiere stehen und danach Klappe halten. Was mir auch passiert ist, dass ich mit zwölf Jahren aus dem Fenster hänge. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Einer dieser schwer erziehbaren Jugendlichen hat mich also an den Fuß genommen, hat mich aus dem dritten Stock einfach so festgehalten. Relativ kräftig, der junge Mann. Und hat mir angedroht, mich fallen zu lassen. Wenn er das getan hätte, dann säße ich jetzt ziemlich sicher nicht. Ja, selbst eine Judo-Rolle hilft vermutlich nicht aus dem dritten Stock. Also mir ist das alles nicht fremd. Und dass ganz viele Menschen derzeit sehr viele Sorgen und Nöten haben, das ist mir überhaupt nicht fremd. Und als Vater von zwei Kindern mache ich mir da sehr viele Gedanken drüber. Aber diese reine Beschwerdekultur und sich mit Verlaub, ja, nehmt es mir bitte nicht übel, sich in eine Opferrolle zu begeben. Und das alles wird mit mir gemacht. Das ist einfach nicht konstruktiv. Es wäre auch für meinen Kanal sicherlich ein absoluter Boost, wenn ich jetzt beginnen würde, Videos zu machen, Deutschland am Abgrund. Oder Markus Lanz wieder mal völlig verpeilt, so und so. Das ist nicht meine Zielgruppe, darum geht es mir auch nicht. Was ich damit nur sagen will, zu versuchen, konstruktiv zu bleiben, ist manchmal sehr viel schwerer, als sich einfach in die Reihe derer zu stellen, die den Daumen senken und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Es ist viel scheiße. Weiß ich gar nicht, ob YouTube das rausstreichen. Scheiße wird man ja wohl sagen dürfen. Also, ja, aber reine Beschwerdekultur ändert erstmal nichts. Und wer sich so ein bisschen eine Bewegung wünscht nach dem Vorbild der französischen Revolution, der schaut sich vielleicht mal den Film Napoleon an. Die französische Revolution ist weder für die Revoluzzer noch die, die diese Revolution vielleicht ausgelöst haben, gut gegangen. Also, das will man am Ende des Tages auch nicht. Und das ist alles. Ich muss, oh, was ist denn das für eine Fliege hier, Schatz? Während ich hier ernste Sachen bespreche, kommen hier fliegen durch die, echt, sorry. Also, ihr merkt, ich bin nicht zu Hause. Im Glückwunsch sind alle fliegen gerade tot. Also, darum geht es mir. Ein bisschen Humor muss auch noch sein. So, bitte bekommt das also nicht in verkehrten Hals, wenn ich sage, es hilft einfach nichts, nur drunter zu schreiben, wie katastrophal das ist und diese linksversiffte sozialistische Regierung. Und wenn es die nicht mehr gäbe, dann wäre alles Juhai, wunderbar. Ihr wisst, was ich meine und ich freue mich auch über wahnsinnig viel konstruktives Feedback. Ansonsten ist Kritik immer erlaubt, aber muss auch dem Gegenüber zugestehen, dass er seine Meinung äußert und die darf anders sein. Und das darf dann nicht dazu führen, dass man sagt, wer es nicht so sieht wie ich, der hat nicht alle Latten am Zaun. Jetzt machen wir weiter und selbstverständlich kümmern wir uns weiter überwiegend um die Geldanlage und um Aktien. Und Achtung, jetzt wird es wirklich spekulativ. Der Zeitraum, den ich jetzt bespreche, betrifft maximal die nächsten zwei Wochen. Es hat nichts zu tun mit der langfristigen Geldanlage, es hat nichts zu tun mit dem ETF-Sparplan. Und es hat, und das ist ganz wichtig, nichts fundamental mit den Aktien zu tun, die ich gleich anspreche. Der Januar-Effekt kann unterschiedlich aufgefasst werden. Tatsächlich sind oft die ersten beiden Handelswochen des Jahres relativ positive. Der Januar selbst ist kein außerordentlich positiver Monat, auch wenn es zahlreiche Statistiken gibt. Wenn der Mann Januar gut ist, dann wird der Rest des Jahres gut und und und. Darum geht es aber heute nicht. Es geht darum, dass die schwachen Aktien Ende des Jahres 2023, Ende jedes Jahres, oft dann nochmals etwas schwächer sind, abverkauft werden. Die Gründe dahinter lassen wir jetzt mal raus. Insbesondere in Nebenwerte-Segments kann man das immer wieder beobachten. Und dann aber zu einem Rebound ansetzen am Beginn des Jahres. Nochmal, man sollte sich nicht die Gedanken machen, in diesem Fall, was macht das Unternehmen und wie sind die langfristigen Aussichten. Darum geht es nicht. Und wer sagt, dann interessiert mich das nicht, das ist selbstverständlich auch vollkommen in Ordnung. Aber im letzten Jahr hat es so wunderbar funktioniert, dass ich mir schon Mitte Januar 2023 vorgenommen habe, das machst du aber 2024 wieder. Warum es dieses Jahr ein bisschen schwieriger sein könnte und weshalb ich eure Mithilfe brauche, das möchte ich euch jetzt sagen. Wir starten einen ganz kurzen Rückblick. Ich habe im letzten Video dieser Art. Diese Aktien im Januar 2023. Das ist das Video. Könnt ihr euch immer noch anschauen. Ist vom 2.1. Entschuldigt bitte hier, dass es mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass es eine ganz furchtbare Perspektive ist, in der ich mich hier aufgenommen habe. Ist aber egal. Und ich habe jetzt mal den krassesten Wert mir rausgesucht. Ich habe insgesamt in diesem Video ganz langsam Pinduoduo, TeamViewer, PayPal, Peloton und Amazon angesprochen. Alle Werte, die ich hier angesprochen habe, sind in den ersten zwei bis drei Januarwochen deutlich gestiegen. Und warum suche ich mir hier Peloton ausgerechnet raus? Weil ich natürlich bei der Aktie häufig genug gesagt habe, wenn sich da nicht maßgeblich etwas ändert am Geschäftsmodell, also langfristig nichts mit dem Januar-Effekt zu tun, dann ist das Kursziel wahrscheinlich null. Dennoch kann dieser Januar-Effekt dort gelten. Was erfüllt war, war die Schwäche zum Jahresende. Wir haben nahezu auf einem Tiefskurs gehandelt. Insgesamt hatten wir ja Ende 2022 relativ schwache Kurse. Und jetzt schaut euch mal an, Peloton, bei 8,14 Dollar habe ich sie vorgestellt als einen möglichen Wert. Und das ist passiert im Anschluss. Also die Aktie hat sich mehr als verdoppelt. Das ist auch mehr, als man erwarten darf. Aber auch die anderen Aktien, wenn wir uns jetzt eine Amazon anschauen, gilt allerdings nicht ganz, muss man fairerweise sagen. Ja, Amazon ist Anfang 2023, seht ihr hier, ebenfalls sehr stark gestiegen. Ist aber eigentlich ein Effekt, den wir eher im Nebenwertesegment sehen. Wir, ja, weil sie recht beliebt ist, schauen wir auch noch auf die PayPal und blicken auf genau diesen Zeitraum. Anfang, also sogar mit Aufwärtslücken zur Oberseite. Seht ihr hier, die Aktien sind durch die Decke gegangen. So, das hat mir sehr viel Hoffnung gemacht über das Jahr und jetzt kommt das Problem. Das Problem ist nämlich, dass wir diesen Januar-Effekt auch deshalb im Jahr 2023 so wunderbar gesehen haben, weil die Börsen als Ganzes so schwach waren. Und in diesen schwachen Börsen waren dann die schwachen Werte nochmal besonders schwach. Jetzt aber haben die Nebenwerte-Segmente und die sind besonders interessant, weil nur in einem Satz der Gedanke dahinter ist. Es kann genauso gut eine selbsterfüllende Prophezeiung sein oder irgendjemand hat eine geile Glaskugel. Whatever. Der Effekt tritt immer wieder auf. Immer wieder in den ersten zwei Handelswochen. Und der Gedanke dahinter ist, dass zum Beispiel Fondsmanager, wer auch immer, auf ein Knöpfchen drücken kann und etwas verkaufen kann, sagt, das will ich aber nicht in der Bilanz zum 31.12. ausweisen. Das schickt man ja dann seinen Kunden. Für ETFs ist es natürlich völlig egal. Die bilden ja den Index ab. Aber wenn ich jetzt einen aktiven, gemanagten Aktienfonds habe und ich verschicke zum 31.12. das Portfolio, dann soll da natürlich nicht drinstehen, ich hätte eine Buyer gehabt oder eine Delivery Hero oder eine HelloFresh oder eine China-Aktie. Das will man dann einfach nicht, weil dann natürlich die Anleger sagen, wie konnte der dann so trottelig sein? So, deswegen werden die rausgeschmissen und der Effekt ist dann, dass sie dann aber Anfang des Jahres, die Fliege macht sich fertig hier, dass sie dann wieder zurückgekauft werden. Ja, das Volumen kommt dann wieder zurück. In sehr kleinen Werten ist das besonders deutlich zu sehen. In größeren Werten manchmal auch, aber nicht ganz so ausgeprägt. So, mögliche Beispiele kommen wir gleich zu. Aber vorab der Hinweis, und ich werde hier gleich zum Mörder. Das ist der SDAX. Und das ist genau das Problem. Zum Jahresende haben wir im Nebenwertesegment, wo also das Volumen relativ dünn ist, wo man diesen Effekt besonders deutlich sieht, sowieso schon. Die gesamten Indizes sind sehr, sehr stark gewesen. Das war der SDAX. MDAX ebenfalls sehr stark gewesen. Das ist ein ganzes Jahr underperformed, die Nebenwerte. In den letzten Wochen des Jahres massiv outperformed. Auch der MDAX hat eine starke Rallye hingelegt. Und nicht zuletzt, da war ich, beziehungsweise bin ich immer noch investiert, im Russell 2000. Ganz besonders hier in den amerikanischen Nebenwerten. Und das nur nebenbei. Diese Korrektur, die wir jetzt hier aktuell sehen, die wäre für mich eher nochmals etwas Kaufenswertes. Besprechen wir in weiteren Videos. Kommen wir also zu konkreten Werten. Achtung, ich bin hier investiert seit dem 29.12. mit beiden Werten 1 oder 2% im Plus, weil ich am Vormittag gekauft habe und sie waren zum Handelsende dann noch stärker. Keine Empfehlung, es mir nachzumachen. Wirklich nicht. Das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass jemand diese Aktie jetzt kauft. Es kann sein, wenn ihr das seht und die Aktie hat vielleicht 4% am Vormittag gemacht, dass ich sie dann schon verkauft habe. Das hier ist nur eine Herangehensweise für aktive, spekulativ eingestellte Investoren. Und jetzt schon mal vorweg, der Aufruf kommt gleich nochmal. Wenn euch weitere Werte einfallen, dann streibt es unten in die Community rein. Also in die Kommentarleiste. Ein Wert, den ich mir rausgesucht habe, der noch relativ schwach war und vom Volumen her auch etwas zeigen könnte, ist eine Zalando. Das Retracement, alles andere, spielt keine Rolle. Hat eine leichte Gegenbewegung schon gezeigt. Wir gucken uns jetzt mal den kurzfristigeren Verlauf an. Natürlich habe ich bei all diesen Sachen immer auch einen Stopp, also eine Verlustbegrenzung. Sprich, jetzt wo das Jahr rum ist, will ich natürlich unmittelbar den Effekt sehen. Der kann sich über mehrere Tage ausprägen. Der kann auch nur zwei Tage dauern. Aber sie darf jetzt keine Schwäche mehr zeigen. Das heißt, sie darf hier nicht unter das letzte Tief abrutschen. Dann werde ich im Verlust ausgestoppt. Ein weiterer Wert, der diesem Schema meines Erachtens entspricht, habe ich mir Risikodisclaimer schon genannt. Ja, ich glaube mehrfach. Eine HelloFresh, ebenfalls extrem schwach, auch nochmal zum Jahresende. Das absolute Idealbild haben wir nicht gesehen. Das absolute Idealbild ist nämlich, in meinem letzten Handelstag passiert kaum noch was. Aber kurz vorher gibt es nochmal so einen Abverkauf. Das ist nicht der Fall. Man darf aber auch nicht immer die 100%-Brille aufsetzen. Nach wie vor war eine HelloFresh über Tage hinweg schwach, überhaupt kein Kaufvolumen zu sehen. Und wer jetzt denkt, nach 13 Minuten, ja, weil HelloFresh ist ja auch nicht so ein gutes Unternehmen, weiß ich nicht, aber darum geht es nicht. Das ist nicht der Effekt, den ich hier beschreibe. So, die beiden bin ich investiert. Hier bin ich auch klein investiert. Das war es dann auch. Eine Kali und Salz. K&S, leichte Gegenreaktion, letzten beiden Handelstage nochmal schwach. Muss sofort eine Reaktion geben, ansonsten weg damit. Und jetzt Werte, ja, hier bin ich langfristig investiert. China war super off, hat schon eine Gegenbewegung allerdings gezeigt in den ersten Tagen JD. Ich habe sie hier mal mit reingenommen, weil sie immer noch gegenüber vielen anderen Tech-Werten natürlich massive Underperformer werden. Würde mir vielleicht noch einfallen. Aber auch hier gilt, schaut euch den ersten Handelstag an. Der muss sofort ziehen. Wenn dieser Effekt eintritt, dann sofort. Deswegen seht ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon, ob ich möglicherweise Recht oder Unrecht hatte. Also ob dieser Effekt, es gab schon Jahre, in denen das nur sehr marginal der Fall war. Und es gab Jahre, so wie Anfang 2023. Wie gesagt, schaut euch, wenn ihr Proof of Concept möchtet, gerne nochmal das alte Video an. Da sind die Aktien sehr stark gestiegen in den ersten Tagen. Was habe ich mir noch rausgesucht? Noch ein China-Wert. MyTuan, wir schauen jetzt mal auf den H&K-Kurs, ebenfalls relativ schwach. Und was mir hier gefällt, der letzte Handelstag des Jahres war auch schwach. Der Vorteil, und deswegen habe ich das in den letzten Jahren eigentlich immer mit einer ganzen Reihe von Werten, also ich habe normalerweise so eine Watchlist von rund 30 Werten und es juckt mir dann so 5, 6 aus, mit denen ich das umsetze. Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass die Aktien so schwach sind, ist der Stop immer relativ nah. Und da die Reaktion unmittelbar erfolgen muss, weiß ich normalerweise schon am ersten, zweiten Handelstag. Ist morgen Handelstag? Ja, das heißt, ihr habt schon den zweiten Handelstag. Es kommt mir auch nicht aufs Nachhandeln an, sondern ob ihr entsprechende Aktien vielleicht noch gefunden habt. Ich weiß dann sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist natürlich auch nichts, wo man dann all in geht und sagt, ich nehme mal kurz 20% meines Portfolios. Das wäre 2023 eine super Idee gewesen, aber das weiß man natürlich nicht vorher. So, und jetzt der entscheidende Punkt. Das muss noch nicht vorbei sein. Ob es in diesen Werten jetzt stattfindet, die ich euch gezeigt habe, weiß ich selbstverständlich nicht. Und daher bitte ich euch, wenn ihr vielleicht eine Aktie im Blick habt, die ganz großen, wie gesagt, die Magnificent Seven, da spielt das keine große Rolle. Wenn da mal ein Fonds einsteigt oder aussteigt, dann ist das mit überschaubarem Einfluss für die Aktie bei einer einzelnen Adresse, weil einfach die Volumien ja so hoch sind. Falls euch noch Aktien einfallen, bei denen das Ganze passt, dieses Setup, also Schwäche zum Jahresende und dann eine positive Reaktion, dann schreibt es hier rein. Vielleicht ist das dann auch für den einen oder anderen interessant. Und schließen muss ich einfach nochmal mit dem Hinweis, das hat nichts mit einer qualitativen Analyse eines Unternehmens zu tun, sondern ist nur ein Effekt, über den ich einfach nochmal sprechen musste, weil er so wunderbar war im Jahr 2023. So, und wer Lust hat, der schaut sich nochmal das Gespräch von Sonntag an bei The Dip. Wir haben am 31. geliefert. Und nochmal, wer vom Bauchgefühl her dann reagieren möchte, sagt, ja, aber ich bin im gleichen Boot. Ich kann über diese aktuellen Zustände, über die Regierung nur den Kopf schütteln, aber ich bin am Ende des Tages auch der Meinung, ich habe es in einem LinkedIn-Post zum Jahresauftakt beschrieben. Demokratie ist wahnsinnig anstrengend, aber am Ende des Tages sind alle anderen Formen sehr viel anstrengender. Also muss man, solange man keine bessere Form gefunden hat, Anhänger der Demokratie bleiben. Und wenn ein Großteil und eine Mehrheit der Leute so unzufrieden ist, wie ich auch, dann werden wir das bei den nächsten Ergebnissen sehen. Der Prozess ist mühselig, aber wirklich eine Revolution. So weit sind wir nicht. Und ich glaube, seinen Protest darf man Luft machen. Das darf man aber auch nur, weil wir in einer Demokratie leben. Macht mal so einen Bauernaufstand, den ich nachvollziehen kann. Versucht das mal in Russland oder in China. Das ist dann auch nicht die Lösung. Schwierig manchmal. Aber 2024, wir blicken optimistisch nach vorne. Ich wünsche euch einen schönen, wann kommt das Video raus? Wenn heute Neujahr, Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch und wir hören uns an dieser Stelle wieder am kommenden Montag. Liebe Grüße, bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch.